Ich bin auf dich doch zugekommen, weil erst mal der Gundi dann, wie ich in der Zeitung gelesen habe, du bist von Beruf Gas, Wasser, Heizung, Lüftungstechnik, von Beruf, ich war Lehrmeister jahrelang und da warst du im Erstbestimmung von alleine von deiner Berufseinstellung sympathisch. So, und dann, nachdem wir beide gesprochen haben miteinander und viele Dinge erfahren haben, wie du gesagt hast, geht nicht, das Wort Schlagwort war mein Schlagwort auch, geht nicht, gibt's nicht, da habe ich gesagt, du bist dein Macher und da habe ich gesagt, jetzt unterstützt dich ein bisschen dabei. Wir haben uns unterhalten, haben viele Ideen und die Jungschaft und deine Einstellung, dass du dich um Vereine kümmerst, dass du die Bürger mitnehmen willst, die älteren Bürger mitnehmen willst und alle anderen Bürger mit in der Stadt, das hat mir sehr gut getan und sehr wohlwollend. Und darum habe ich gesagt, also wisst du was, Sebastian, wo du hingest, geh ich, geh mein Weg auch hin und nehme an, du kannst dich auf mich verlassen, solange ich noch kann und das ist schön. Because like Lando fuck Non Cho See Tsch ?